hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu seven days to die beim blutmond vor mir der vodan hey grüß dich hat es die blutsonne egal und dahinten der fleischammer hallo und meine besondere ehre hinten richtung heimat die frau seien depedie von den kaktus gerannt lead the way du hast eine stadt gefunden lauf vor da gehen wir jetzt hin oder was da sind wir laufen jetzt hin aber überlegen die nacht ja okay dann viel spaß munition bei ja hab ich 21 schuss des todes 21 ja plus 8 und plus meine faust ich hab nichts zum rennen dann legt ihr mal zwei alkohol hin danke und denn nimm die mal auf du hast ja schon gut das müll den schenke ich ja auch alter ich stehe hier hoch 20 schuss des todes 21 jetzt lass uns rennen kommen ich habe ein nice bus gerade jetzt läuft die kacktee er hat es wieder gemacht also immer richtung westen falls wir uns verlieren sind wir schon da oder was das war die stadt wo wir schon mal waren kann man das noch eine ungelootete start richtung westen ja mach mal vor also du läufst ja auch also kann ich ja schlecht vormachen den weg entlang oder was ja genau montags mal dann mach mal vor ja aber ein bisschen so kreffelt ein nennen was geht bei dir was geht bei mir geht das verschießt die schuss nicht kann sich erinnern an deine worte jetzt ist mir egal ist eh alles egal das gefühl habe ich schon länger das hagelt wieder kommentare ja minja ist inventar voll munition verschossen assi und nicht teamfähig was stimmt denn mit nicht teamfähig hat wohnern dazu gedacht dann schreibt er bestimmt runter ja hat ja seine 20 accounts 20 account gerade mal 19 hier gerade gerade hier hört man mehr auf den wohnern drei strich links rechts muss aber echt eine strichliste einführen hier jack was a cactus round one fight 76 zu 1 ja passt wieder gell sagt ja einfach nicht wie weit die stadt noch weit ist ne jack du hast gesagt in der nähe nee 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 ich hab nischt von nähe gesagt das wort nähe kam bei mir nicht vor ne das kennst du ja nicht kannst du ja nicht zulassen seit weißt du seit wir in team waren in rust ihr wart ein team ach so ein ein team ich hab mich versprochen wirklich ihr wart schon weiter los verdammt wo seid ihr oh gott seid ihr so schnell rück mich 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 los rück mich los jetzt geht dies wieder der puffhimmel irgendwas stimmt hier nicht guck dir das doch an da hinten vielleicht kommt der ferral wieder um die ecke hi ich bin jetzt der ferral der ferral scheiße ferral macht brau war auch so ferral macht brau ja und sein freund die ist er weiß ich nicht mehr wenn der das hier gemacht hat ne ist gut ich komm zurecht alles klar checken checken ja ja ich hab doch kein alkohol wie du sagst du hast ein bier ja aber das ist schneller aus ich hab da auch noch mir ist das ich hab noch eins 20 alkohol von mir 15 bis weniger noch eins übrig dann wurde dann seine wellness bestimmt auch wieder hoch wir müssen das mal ein bisschen reduzieren sind wir noch auf dem richtigen weg herr fleischhammer wir sind absolut auf dem richtigen weg so jetzt kravil kravil der himmel ist schön ja wir laufen jetzt hier durch union forscher debiet 20 uhr kommen wir bestimmt 22 uhr in der stadt an ist doch super ja das läuft mit 19 schuss werde ich mich mal richtig wehren seit wann haben zombies fackeln wie 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 30.000 zombies stehen mit ne facke schon da hallo jungs na und ja ich warte ist memo nicht bekommen wo wir sind gleich da hier links ist nur eine straße der folgen wir jetzt einfach mal bitte dem straßenverlauf folgen nach der nächsten kreuzung rechts abbiegen barfen sie rechts vor links 20 uhr 30 wir kommen im dunkeln an ich hab Angst ja wie geht's dir mir geht's prima ich hau hier die steine erstens ich lass meine aggression frei im lauf endlich kann ich da ist ne stadt ich seh ne stadt ich lauf weiter weil es nicht interessiert ob jack vielleicht einmal sterben wird weil ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht wir haben ein bierchen für den rückweg guckt euch aus hier war ich schon mal wie du siehst äh das ist doch die die wir gelootet haben die ist doch nicht unentdeckt was ist hier natürlich die hab ich in den screenshot gemacht ne wir haben nur die autos und ich hab äh nur ok konzentriert euch halbe häuser gelootet halbe häuser deiner mutter ist halt ein halbes haus alter wie gehst du denn gehst du damit au wie hoch wir machen schon mal die nachtfein ja das find ich auch nicht gut das war jetzt echt ich finde dann da sollte man auch einen shitstorm so über dich hereinbrechen ja nein bitte nicht weil nur ein spaß das ist schon ernst äh das ist nur spaß schon ernst nur spaß was hin willst du dich hier einnisten dann oben finjas ja ich dachte mit dir kannst du reden mit dir kann ich reden wir haben einen jack nicht äh so oh ein tresor das ist ja nett ich würd sagen wir gehen aufs dach oder ich mach uns nen ausgang jo jack isst du meine pilze ich hab noch ein paar klinge in die teiche ne ich hab noch ein paar klinge in die teiche ne ich hab noch ein paar klinge in die teiche ein klinge ja und minibike fields in flawless läuft haben wir nur 20 zu hause ne waren erst drei wir sind vier mannen dann mal kurz drüber nachdenkst du wolltest ja ein paar minibikes bauen äh äh wat hier alfred hier alfred liegt hier im weg warte mal hier ist mal alfred in sonne hier ist auch alfred komisch oh satin concrete irgendwas gestorben gerade sind übrigens keine zombies merk dir das doch ne zombie freie zone seit 88 hier nachdem warum kommen wir nicht raus alle bei mir feiern mit den zombies seit der party dün 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 machen wir eine polnoneze ach scheiße das ist doch gar nicht mehr so wichtig lumba so bin aufm dach safety first wo du jetzt anfängst zu rennen leg dich erstmal hin wirklich aufm dach hoch ok wieder rein du bist auch so offen ja wir sind angekommen hat jemand noch holz für mich auch echt angekommen wow jack warte du da echt naja tut's wirklich ich hab das ein bisschen gesichert ja er looted er looted macht ihr da ein bisschen glas schaden ja ok guck mal was die nachbarn dazu sagen wenn man hier ein bisschen party feiert oh ne die sind schon wieder da ich seh dich weg ich brauche unbedingt irgendein licht ey er hat ja einen mining helm wenn ihr einen mining helm findet dann ich hab meinen auf dem kopf jack siehst du mich jack jack da hinten ein flutstrahler das ist echt den ja genau nicht ins gesicht nicht ins gesicht nicht ins gesicht ja der ist manchmal in der höhle war der mir zum beispiel zu hell so ich finde das ding ist übertrieben die öffnen übrigens ja genau boah wie es immer aufblitzt ne brrrr ein sturm zieht auf ja himmel sieht cool aus noch nie gesehen war ein spaß die stadt ist gar nicht mal so klein ne ne stimmt da ist ein hase das sind eigentlich die ganzen couch taillen habt ihr die alle verboten ja hab ich verbotzt ja das ist konkret danke schön das ist meine einrichtung gerne achso das upsie bring dir was mit was hätte sie gerne couch nur schwarz oder kann man noch andere nehmen couch wat ist so beneid ich wusste jetzt nicht ich wusste jetzt nicht er hat nur gefragt ob es nur schwarz ich besitze es kurz mal fleischhammerisch die noch andere außer schwarzer couch ok weiß ich bescheid muss ich ja nur wissen scheiße krieg jetzt schwarz oh man kacktähne 78 oh ich glaube bei uns auf dem Balkon geht es gerade ab ne hat jemand die Mülltorn wegräumt auf unserem Balkon hat jemand die Mülltorn wegräumt mhm das hört sich aber eher an als würde da was rumfliegen auf dem Balkon hier gar nichts hier gar nichts oh empty oven ich mach mir jetzt einfach mal ne Foggle oh was hab ich denn hier 10mm Bulletschematik so ein unheimlich wichtiger Munitionstyp ja weil du so viele SMG Teile findest die Sinn machen und Great Pistol Grip wie siehts damit aus ich brauch so weit nicht mehr Pistol ist bei mir mittlerweile flawless bei Wodern glaub ich auch dann lass ich es hier wir haben so viel Schrott dann ähm Scrabs doch ja Pistol Grip kann man nicht Scraben meine ich dann probier's doch find Shades ich hab find hier warte mal where den kannst du Scraben Minions tu es machs einfach bitte vertrau uns ich hab Blaubeeren das erste Mal seit Jahren wieder Blaubeeren hier essen ich hab Blaubeeren das sind die lecker ich bin Blaubeeren das waren keine Blaubeeren what? dün 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 kennst du diese blauen Hasen ja tsch tsch scheiß bla ja siehste wat ja jetzt schon ja jetzt schon man da geht ein Licht beim Nachbarn an im Keller ne ich glaub dir hat's wieder was bestellt nachts die Amazonen Drohne wie kommt ob alles in Ordnung ist sie haben lange nicht bestellt es ist 3 Uhr morgens man wie Spam E-Mails die kommen auch wenn sie wollen ja eben dün dün so im Fernfenster so bestellen gut dann muss ich euch mal jetzt hier ein paar Sekunden im Dunkeln lassen tut mir leid du tust das? was? ja ja ne meine Zuschauer weil ich hacke jetzt gerade ein Save auf ja 2-3 sinds bestimmt sag mal irgendwie ist das hier voll das Licht schwankt das bei dir auch so manchmal so ja ja von der Seine so boah eine Flawless Shotgun Barrel leckt mich fett am Arsch Lampen abbauen oder? d d d d d d d oder wir gehen hier rein ich glaub wir gehen hier rechts rein merkt ihr das Haus wo es brennt ah da fehlt noch mit du 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 Drei. Ja, ja. Für Beton. Die Antwort ist A. Ja. A. Ja. Könnten wir gut gebrauchen. B. Ist mir scheißegal. C. Immer nicken, weil der Verrückte könnte uns alle hochjagen. Immer nicken, immer fein ja und sagen. Nabel-Echeck. Mach, mach. Alles, was du sagst. Ist gut. Ist gut. Ja, klar. Was dir recht ist, ist uns auch recht. Feuerzeug am Lagerfeuer, natürlich. Nimm die Deo-Flasche. Mach's doch mit der Deo-Flasche an. Bin gewarnt. Hier war schon jemand. Kapott, was ist hier hinter der Tür? Na toll, zu. Achtung. Hallo? Oh, Benzin. Benzin. Zum Glück hab ich nicht zugeschlagen. Wo dann hast du heute? Hast du heute irgendwie figured? Ganz weit vorne heute, glaube ich. Was? Was? Mit Kommentaren. So. Sensed? Sensed? Ja, ja. Hunted. Echt jetzt? Ja. Und ne? Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Hier, wir können wir sie filtern. Wir können wir sie filtern, wenn sie hier kommen. Sie kommen. Filtern. Wir müssen nur zwei Stunden durchhalten. Verstanden. Meinst du, sie kommen hier hoch? Meinst du, sie sind so schlau? Meinst du? Meinst du, sie sind so schlau? Meinst du, sie sind so schlau? Meinst du, sie sind so schlau? Beim Sheriff, beim verbrannten Sheriff-Haus. Ja. Oh, da kommt jemand. Guck vor, guck vor, guck vor. War ein Jack voll ins Gesicht geschoben. Ja, ich bin's doch, Idiot. Ich hoffe, ich hab's mitgebracht. Es ist zu ruhig. Ja, aber was laufen da unten? Ja, die blicken. Treppenlüft ist kaputt, du Idiot. Das ist Omi. Hör mal, die atmet schwer. Ein Asphalt-Spray liegt immer noch neben Bett. Seid ihr immer noch Sänster da, denkst du dir? Nee, wenn nicht. Oh, es tut mir leid. Oh, ich hab gerade nur ein Schräger gekriegt. Alter. Kannst du das auch nicht echt bringen. Neue Hose, bitte. Oh, jetzt huntet. Oh, doch nicht. Doch, jetzt wieder Sänster. Stimmt der mit? Also drüben, was ist denn da los? Jack sprengt die Nachbarschaft. Ja, mach mal. Aufgestiegen. Oh, 34, ja, stimmt. Ne, mach ruhig weiter. Wie geht's euch? Alles klar? Ich hab dich im Blick. Ich kann euch nicht hören. Da kommt aber gerade echt was. Ja, geil. Da kommt es von hinten. Achtung. Wie seid ihr da hochgekommen? In den Strappu? Ja, das ist wahrscheinlich irgendwo. Ich hab Pumpe. Ich bring euch in die Luft. Ich bring euch in die Luft. Oh, du. Alles klar da drin? Ich bring euch in die Luft. Ich bring euch in die Luft. Machst du Jack? Er schießt auf mich, warum auch immer. Nee. Natürlich nicht. Das klingt sehr überzeugend. Nö. Ich hab mich nur durchge... Hi. Hi. Bin ich nicht hochgekommen? Ich bin von oben runtergefallen. Ach, du hast runtergeschossen. Es ist aus, als wenn du von unten reingeschossen hast. Ich hab hier Shotgun-Schlag-Schematik. Antwort C, wie gesagt. Und welpen Repair-Kids hast du fallen? Das ist ein Riesensatz. Ich? Ja. Nein, gib her. Hier, nehmen die Shotgun-Schematik. Ganze knicken. Hast du die jetzt verbaut? Ich hab ne lange... Ich hab hier... Die kann ich schon. Wo dann hier? Hier, ich hab was zum Umbauen für deine... Was? Für dein Moped. Was habt ihr jetzt alles dahin geschmissen? Wo? Ich hab dir grüne Shotgun-Teile hier. Kann ich auch schon? Ja, dann... Dann gib mir die grünen... Die grünen Teile? Ich werf mal Gras hin, Herr Officer. Ich werf dir einfach mal Gras hin. Dann werd ich entspannter. Komm. Und jetzt hätt ich gerne meine Dings wieder. Was hättest du gerne wieder? Ich hab nix. Was denn? Was machst du da? Wir werden alle sterben, wenn ich das nicht wiederkriege. Ich verstehe immer noch nie, was sie da machen. Aber eins könnte ich, ne? Obwohl die abgesägte Shotgun zu reparieren ist wahrscheinlich. Ich hab mich gerettet. Viel Spaß. Oh, Jack. Wir werden alle sterben, Daniel. Wir werden alle sterben. Ich würd so lachen, wenn jetzt hier das Dach einbricht. Achso, du bist ja bei mir. Geil. Die ist komplett blau. Was ist blau und grün ist besser, oder wat? Blau ist die nächste Stufe. Blau ist besser als grün. Dann brauch ich doch nicht. Eine Taschenlampe könnte ich gebrauchen. Ach, weißt du, jetzt kommt wieder, wer war das, Tata, irgendjemand, der hat mir ein Dokument geschickt mit den Farben. Ja, ich weiß es, aber... Ja, ich hab dir eine Exit-Tabelle angelegt? Ja. Nee, ich hab wirklich ein Dokument auf dem Desktop liegen mit den... Das ist gut. ...Selben-Dest-to-Dive-Farben. Das ist gut, und dieses Dokument habe ich offen während des Spiels. Echt? Ja, kriegst ein Fleißbänchen. Ja, ich hab das Wichs offen. Ich hab die Exit-Tabelle offen. Warum? Weil ich mir zu blöd bin, um das zu merken. Really? Okay. Ich weiß es immer. Ja, klar, von dem ersten Tag an. Ja. Als Haus stoppt's nicht ein. Ich teste ja nur die Zuschauer, damit man, als er Kommentare bekommt, und damit man auch ein bisschen Feedback hat, so, hey... Mir? Nochmal wegen dem Repair-Kids. Ja, hab ich nicht. Was ist jetzt? Irgendwas schäumt da gerade über. Wir haben viel Ruhe. Ich hab jetzt viel Krach gemacht, und ich geh jetzt mal nach oben. Komm, wir laufen jetzt wieder nach Hause. Hier ist nichts. Wir haben noch nicht gelootet. Ja, genau, so sieht's aus. Ich klopfe da hier nicht her, um nicht zu looten. Boah, ich hab Weapon-Repair-Kids gefunden. Fünf Stück, geil. Oh, scheiße. Hier, das Fenster ist offen. Ja, geh durchs Fenster. Geh! Geh, bin ich ja. Geh durchs Fenster. Da ist garantiert ein Safe dran. Korrentiert. Ich denke, jetzt hier, da sind das Protz. Das ist... Protz. Und jemand fummelt schon wieder in der Kasse. Gassensturz. 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 Witzig. Witzig. Rettativ. Da bist du jetzt drin. Ressour ist hier. Kräner. Machen wir die Tür auf. Hunting Rifle Parts gelb. Weglachen. Wecken. Machst du Scrappen? Wecken, ja. Ja. Eck da, ey. Das sieht immer so blutig aus. Ja. Das ist schon eine Weile, sagen wir es mal so. Ich wollte gerade sagen, mir ist das am Anfang aufgefallen, da habt ihr mich mal für bescheuert gehalten. Das hat sich aber nicht geändert. Unabhängig von der Axt. Okay. Oh ja, neun Millimeter. Du schimmst. Oh toll. Das haben wir noch gar nicht. Ich glaube wir sind zu tief unten in der Erde, das kümmert die Zombies überhaupt nicht, wenn ich so viel Krach mache. Das kannst du haben. Ja. Ich habe jetzt glaube ich fast die ganze Folge über den Bohrer benutzt. Früher war das ja... Jetzt wieder bei 2020. Ich wollte gerade sagen. Ach man, das ist auch echt immer ätzend. Diese Seven Days to Die da. Tja, dann äh... Äh, Horde. Hunde. Ja? Hunde? Und geil. Zum Abschluss der Folge. Oh doch, da. Kombi. Oh Gott. Oh Gott. Hier oben ist noch Munition. Ich kann sie mir jetzt nicht holen. Ich komme. Immer auf den Rücken achten. Schreiber haben sie letztens von hinten geholt. Jawoll, verstanden. Da. Oh, zwei Hunde. Oh, drei Hunde. Nicht rein. Es sind schon fünf Tote. Alles gut. Okay, wo, wo, wo noch? Da kommt noch einer. Hunde. Hier am Auto. Bandage. Jetzt. Was das? Bandage. Jetzt. Äh, woran? Liege, liegt, 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 liegt. Hier, komm her. Hast du? Ja. Use, use, use. Oh Gott. Was ist denn das hier? Wir stehen hier alle. Hier nochmal zwei Dings. Bei First Aid Kids. Oh, super, danke. Okay. Weck. War's das? Oh, da bin ich wieder. Ich war, ich war grad klinisch tot. Ja? Ja, witte. Ich mache Screenshots. Gut. War das grad ein Hund? Tote Hunde, oder? Ja, tote Hunde auf dem Haufen. Sieht doch geil aus. Wenn du so wie die Treppe hochgehst. Ich weiß nicht. Oh, oh, oh. Auf einmal, ich guck so raus. Wuh, 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 wuh. Ja, vor allem, ich wusste gar nicht, wo ich reinschießen soll. Da war der Teil schon tot, als ich meine Schrott... Vor allem, ich hatte sie auseinandergebaut. Ich hab nicht nachgeladen. Das war ein bisschen blöd, um schnell zu reagieren. Das war ein... Ja, mit einer kleinen Aufregung zum Ende dieser Folge beenden wir diese Aufnahmesession und begeben uns in den wohlverdienten Feierabend. Wenn's euch gefallen hat, dann schaltet auch am Dienstag wieder ein. Da gibt's nämlich eine neue Folge. Vielleicht schon mit der Alpha 13. Das wissen wir nicht. Wir haben keine Informationen darüber. Wir würden uns natürlich freuen, die neuen Zombies begrüßen zu dürfen. Ich glaub, die kommen jetzt auch wieder. Ja. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge von Seven Days to Die. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss. Ach, Kotwort Schrotze. Tschüss. 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 Tschüss.